Schwankende Temperaturen in Rechenzentren, Industriehallen und Laboren können ungeahnte Folgen haben. Daher ist die verlässliche, energieeffiziente Klimatechnik ein Muss. Dank Wasser als klimaneutralem Kältemittel, verbunden mit indirekter adiabater Verdunstungskühlung, kühlen wir umweltfreundlich und effizient. Durch das Funktionsprinzip der Adiabatenkühlung wird zunächst die warme Luft im Wärmeübertrager vorgekühlt. Im nachgeschalteten Kaltwasserregister wird die Zuluft über einen mit Wasser als Kältemittel angetriebenen Turboverdichter zusätzlich heruntergekühlt. Investieren Sie mit der einzigartigen Kombination von Minerga Klimatechnik und integrierter Blue Zero Technologie von Efficient Energy nachhaltig in die Zukunft. Damit Sie immer einen kühlen Kopf bewahren und gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt tun.